So, hallo Leute, ich krieg ganz ehrlich ein zu viel, die gesamte letzte Aufnahme ist im Arsch. Hab eben noch was aufgenommen, ganz normal. Ja, ich kann nochmal kurz zeigen, was wir gefunden haben. Ich bin halt einmal quer durch den Wald gelaufen im Prinzip. Wenn wir hier die Karte anschauen. So, wenn wir hier die Karte anschauen, bin ich halt einmal quasi von unten nach oben gelaufen, so lang. Wir sind jetzt irgendwo hier oben dann. Und wir waren dann hier oben, haben hier den Wüstentemper hier gefunden. Ich hab's Pyramide genannt, weil ich glaub wir haben eine Pyramide gefunden und damit wäre auch eine Aufgabe erledigt. Und da haben wir hier das Gold drin gefunden, das Eisen drin gefunden, Gold, Horst, Armor haben wir da drin gefunden. Ein Sattel, drei Sattel, hier in der Schmiede war auch noch was. Haben wir alles da gefunden. Jedenfalls, ich mach mich mal auf den Weg zurück, ich kann's jetzt nicht ändern. Die Datei, MP4-Datei war dann auch im Arsch. Die Festplatte, wieder mal, hat so dämliche Mucken gemacht und, ja, natürlich ist jetzt hier auch nichts gespeichert gewesen. Also, naja, kurz gesagt, ich wollte hier, ich hab ja noch nichts mitgenommen, ne? Ich wollte hier noch alles mitnehmen, damit wir unterwegs Schweine und so machen, äh, zähmen können. Ähm, hab ich dann nach, was weiß ich, so 13 Minuten, also die Folge war schon fast zu Ende, hab ich dann, äh, ein Bluescreen bekommen, also Windows Bluescreen. Und es war einfach mal alles weg. Also die Aufnahme war zwar noch da, aber sie war halt im Arsch, weil sie nicht verendet war. Und, ähm, ja, das war's. Nacht haben wir jetzt nämlich auch und ist eigentlich alles scheiße. Du triffst mich nicht. Oh, du triffst mich doch. Ist ja verrückt. Hoppistisch. Warte mal hier, Schafe. Schafe. Ah, haben wir ein Baby scharf. So, haben wir auch Schafe gepaart. Äh, wir müssen nach unten, genau. Also, wir müssen jetzt hier wieder quer durch den Wald laufen. Äh, wird natürlich lustig bei Nacht. Habe ich mir super ausgedacht. Äh, aber wir haben jetzt schon mal Schafe jetzt gepaart. Das heißt, die können wir schon mal abhaken. Ah, ich bin so, das nervt mich so. Weißt du, jetzt habe ich das nicht aufgezeichnet und ihr könnt es nicht nachvollziehen, was ich hier gemacht habe. Finde ich mir so ein bisschen scheiße eigentlich. Ich muss dann halt eine Folge quasi überspringen. Ja. Also, das ist jetzt die Folge 13 und demnach. Naja, gut. Muss sein. Geht nicht anders. Äh, da mache ich dann wahrscheinlich noch ein Infovideo so zu. Oder, ja, wäre ich dann ein Infovideo so zu machen. Denke ich mal so mit. Naja, ihr werdet es ja sehen. Ähm, naja, jedenfalls kann ich nicht ändern. Ist passiert, wie es passiert ist. Und, äh, ja. Minecraft hat sich dann heute auf einmal geschlossen. Da habe ich so gemerkt. Und das Screen war lustig. Naja. Anyways. Ähm. Ich muss mich mal wieder ein bisschen zurechtfinden hier. Weil, ich habe... Ich habe sogar keinen Plan, wo wir sind. Ich habe sogar keinen Plan, wo wir sind. Das habe ich schon erwähnt. Ich habe sogar keinen Plan, wo wir sind. So, warte mal hier. Karotten. Dann können wir die Schweinchen noch paaren. Schweinchen. Ah, macht lieber. Macht lieber. Liebe. Oh, ein Minischwein. Ein Minischwein. Mini, 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 schwein. Wow. Okay. Don't be such a gay. Ähm. Ach du Scheiße. Ich finde mich hier gar nicht mehr zurecht irgendwie. Das mit dem, mit dem, mit dem Blue Screen End hat mir den Rest gegeben. Jetzt habe ich auch keine Orientierung mehr. Aber eigentlich müssen wir... Straight durch hier. Theoretisch. Naja. Also ich benutze halt zu fest, dass er nicht mehr ist. Ich habe sie ja erst mal abgeklemmt. Ähm. Musik beziehe ich jetzt von einer anderen Platte. Habe ich dann noch rüber spielt. Naja. Ist wie es ist. Kann man nichts machen. Ich sehe mich auch gar nicht selbst auf der Map. Oh, jetzt war aber jetzt gefährlich. Ich glaube... Ich glaube, wir sind schon wieder richtig hier. Ich hoffe es. Besonders sehe ich mich hier noch nicht. Eigentlich müssen wir... Ich kann ja hier mit der Mitte, mit der Mitte so ein bisschen zeigen. Eigentlich müssen wir hier so irgendwo sein. So da so. Von der Theorie her. Aber das stimmt ja mal so gar nicht hier. Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ich habe so die Orientierung verloren gerade. Aber gut, wir sind ja auch eine ganze Weile gelaufen. Muss ich natürlich auch dazu sagen. Vielleicht war das auch eine ganz andere Wüste schon. Ja klar, die Zombies haben wieder einen Range. Das ist sowieso alles bescheuert hier. Na ja. Ähm. Tschüss. Wir laufen gerade völlig in die falsche Richtung. Oh, das ist wirklich ein ganzes Stück gewesen. Wenn jetzt hier eine Wüste dahinter kommt... Ach doch. Ja klar. Hier sind die großen Bäume. Okay, wir sind richtig. Ach ja, genau. Da oben sind wir ja. Okay, wir sind völlig richtig gelaufen. Alles cool. So, jetzt paaren wir hier die Hühnchen. Hühnchen. Ah, ah, mach die. Oh yeah. Okay. Haben wir denn eigentlich Pferde schon gepaart? Ich glaube, ja. Oder? Warte, lass uns mal kurz gucken. Was haben wir denn alles hier? Ähm... Ich laufe weiter in die Richtung. Warte mal, die muss ich erstmal umbringen, hier. Oh, da kommt ja noch eine. Spinnen durch soe Gras. Alter. Was hier los ist? So, bin ich jetzt auf der Web. Jetzt habe ich ja nichts mehr zu essen. Oh, Creeper. Ne, 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 ne. Das ist mir zu... Ich glaube, das ist mir zu risky, Alter. Ich laufe. Ich laufe. Ah, Hilfe. Hilfe. Okay, wir dürfen aber gleich zu Hause sein. Ach, scheiße. Jetzt bin ich runtergefallen. Ne, ne, Güte. Läuft man hier lange. Okay, hier sind die Pilze. Kommen wir da oben? Ah ja, da kommen wir rein. Okay. Wir sind zu Hause. Sehr schön. Ah ja, hier ist die Wüste. Okay. Ich, ähm... Zähle jetzt einfach mal die... Ja, jetzt ruft mich wer an. Jetzt kann ich nicht. I'm sorry. Das sind ja noch ein paar Minuten. Sieben Minuten. Ähm... Ach, jetzt muss ich hier lang, ne? Okay. Krieg ich SMS? Alter. So, Schwein hab ich gepaart. Alter, ganz ehrlich. No. Aus. Böse Spinne. So. Schlafen. Lass mich doch mal nachdenken. Ich zichte alle neutralen Tiere mindestens einmal. Pferdekühl. Okay, Pferde hab ich abgehakt. Schweine, Hühner und Schaf. War haben wir alles abgehakt? Okay. Dann können wir das als neues Achievement hinzufügen. Müssen wir gerade nochmal neue Schilder machen. Äh. Gimme that. So. Ähm. Paare. All. Alle. Mobs. Können wir so hinschreiben. So. Zweimal. Ähm. Kürbis haben wir natürlich immer noch nicht gefunden. Karotten. Ähm. Muss ich nochmal hier gucken. Züchte alle neue kleinen Tiere. Ich hake das hier gerade mal ab. So nebenher. Ähm. Was haben wir hier noch? Achso. Wüstentempel. Ne. Wüsten. Pyramide. Okay. Wo ist es denn? Ich seh's gar nicht. Frau Zauberer. Ein Schwert auf Level 30. Ne. Können wir lohnen. 4. Viele Kartoffeln. Das müssen wir abhaken. In der Villagerdorf haben wir. Wir brauchen mindestens ein Emerald. Können wir da noch machen. Oder eine Pyramide in der Wüste hier. Das kann wir. Das haben wir. Okay. Also jetzt haben wir 3. Für diese. Für diese. Diese Folge. Ja. Yes. Okay. Dann lassen wir das so. Dann lassen wir das so. So. Ja. Legen wir gerade mal unsere Reichtümer noch ab. Die großen Reichtümer. Ich möchte eigentlich auch mal. Wir haben so viel. Ich gerade mal hier das mitnehmen würde. Ich habe doch hier hinten. Wie macht man sich denn so einen Strick. Das wüsste ich ja gerne mal. Ich meine so einen Strick um sich. Um die Pferde anzuleihen. Weißt du. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Da muss ich doch mal nachgucken. Vielleicht mache ich. Vielleicht mache ich es erstmal so. Dass ich mein Pferd erstmal herhole. Weil wir haben ja schon fast eh Folgenende. Aber ich weiß. Dass ich hier hinten ein Pferd hatte. Naja. Wenn nicht. Hohle ich mir halt noch einen. Ist jetzt auch nicht so schön. Hallo. Mr. Pferd. Ah ja. Das war mein Pferd. Und hier ist ein Rüstung. Äh. Wir sind hier unten irgendwo. Ähm. Ich weiß nicht wo wir lang müssen. Oh es ist schnell. What the fuck. Okay. Da oben müssen wir hin. Hallo. Bist du zu fett. Um da durchzukommen. Oder was. Mann. Guck mal diese fetten Pferde. Ah. Alter. Hilfe. Ja. Komm. Brauche ich dir halt hier alles frei. Weil du zu fett bist. Ja. Du bist zu fett. Boah. Ähm. Alter. Wie ist der mit dem Kopf im. Gestrüpp, ey. Äh. So. Ah. Ja klar. Wenn er das fällt. Okay. YOLO. Pferd. Hier warten. Hier warten. Hab ich gesagt. So. Ähm. Du brauchst ein Gehege. Warte. Ich hab ein Gehege für dich gleich. Äh. Machen wir hier so. So. Wo ist es hinten? Alter. Pferd. Mach mal ganz unruhig. Äh. Komm. Komm mal runter. Also. Achso. Ich muss ja von dir runter. Das sollte da nicht hin. Du bleibst da. Ja. Da werd ich auch den Kopf an, ey. Halt. Stopp. Halt. Halt. Stopp. Halt. Stopp. Hab ich gesagt. Alter. Immer diese Pferde. Immer diese unwilligen Pferde, ey. Ganz ehrlich. So. Da leibst du erst mal. Okay. Wir haben ein Pferd. Können wir ja auch noch ein bisschen ausleuchten. Damit hier keine bösen Monster kommen. Okay. Haben wir ausgeleuchtet. Haben wir hier noch Facken? Haben wir ja. So. Hier. Damit du nicht ganz so alleine im Dunkeln bist. Hast ein paar Facken. Super. Da haben wir satte Pferde. Ach. Wir haben ja. Wir kommen ja recht voran hier. Mensch. Mensch. Ja. Da haben wir ja. Das schwierigste quasi. Naja. Das schwierigste haben wir noch nicht weg. Oder. Naja. Naja. Doch. Doch. Also mitunter das schwierigste haben wir eigentlich weg. Oh. Ein Schneegolem. Naja. Gut. Das müssen wir in der nächsten Folge machen. Ich eier hier jetzt eigentlich auch nur noch rum. Ähm. Dann nehme ich mir doch hier jetzt nochmal ein bisschen Holz. Achso. Wir haben ja noch nicht genug Zuckerrohr. Das müssen wir natürlich auch erstmal wieder anpflanzen. Na. Das muss ja alles wachsen. Ach. Das wächst ja schneller auf Sand. Hab ich gehört. Hab ich so mitbekommen. Hab mir ein Vögelchen getwitschert. Gut. Das müssen wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und äh. Ciao. Rotierender Apfel. So.